Okay, wuuuuh! Kann auch wieder zurück gehen. Geil! Okay, das ist nice. Funk? Ja, okay. Was hältst du von Lavalampen? Wirklich. Ganz, ganz lang könnte ich die an... Wenn man die in der Wand hätte, ne? Wie so ein Aquarium. Das wär halt echt nice. Das wär super, die... Aber du brichst immer ab, das ist so doh. Nein, tue ich nicht! Doch, du brichst... Funk, du musst lauter sein. Nein! Funk sein aber lauter jetzt. Okay. So. Funk haket ab. Okay, wollen wir? Das liegt aber an Erik. Was liegt an mir? Dass ich abhake. Ja, hm, ach so, ja klar. Ja. Warte, warte. Äh... Okay, ja, Frank, wie sieht's aus? Ja, na, ich bin bereit. Ja, dann mach doch mal. So. Wuhu! 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 Oh! Oh, Minecraft! Oh, wie geil! Was hatten die für ein Kinderzimmer? Was hatten die für ein Kinderzimmer? Oh, das... Oh, was? Was hatten die für ein Kinderzimmer? Ähm... Das war ihr Exfreund. Ja, ich will absteigen hier. Oh, wow! Oh! Hey, May! Take the other one! Ach! Wirklich? Hast du studiert oder was? Nice! You feel like a hamster. Yeah, well, look on the bright side. At least all the toys that I bought Rose are finally coming in handy. Yeah. Oh-oh. Like that one over there. Yeah, it's just a... It's just a silly toy. Das Mädchen wollte Tentakeln. Völlig okay für mich. Mr. Hentai! Ja. Wenn das Mädchen Tentakeln möchte, will das Mädchen Tentakeln. Da machst du nix, ne? Nö. Oh, okay. Äh... Wo... Oh! Okay. Ja, nach rechts. Ist gut. Na, du musst geradeaus, wenn wir nach hinten wollen. Ja. Oder? Dann gehen wir mal links. Du musst... Du musst geradeaus. Ne, man kann so lenken. Ist ja mehr. Okay. Das wär echt strange. Kanone justieren geht aber nicht, ne? Oh, Vorsicht! Oh, Hentai Tower! Hentai Tower! Vorsicht! So, warte. Oh, 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 oh. Wir müssen ja rückwärts fahren, dass die uns treffen. Warte, warte, so. Ja, das geht halt auch. Oh! Die hat ganz viel fragwürdiges Spielzeug. Oh, gut. Wuuuh! Wunderbar. Vorsicht! Ja, ja, genau. Tretmine. Hup! Hup! Oh, 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 oh. Wunderbar. Warte. Ein Träumchen-Funk. Was für ein legendäres Team wirken wir mal wieder. Ist das eine geile Sache. Oh. So. Sag mal, ich hab mal ne Frage. Zerstören wir nicht, ob wir das Spielzeug unserer Tochter? Ja, wie immer. Alles klar, okay. Da bin ich beruhigt. Wenn deine Mutter dein Lego auseinanderbaut. Ich dachte schon, das wären unsere Sachen. Nein. Ach, Quatsch. Genau wie das Kind gehört nichts hier. Oh. Oh. Ähm. Ja, ich mag nicht deren Kanonen. Ich auch nicht. Attack! Wurmen sie uns. Vorsicht. Ja, ja. Einmal hier rumfahren. Genau. Da kommt der nächste. Ei, 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 ei. Fährst du grad rückwärts? Okay. Oh, das ist aber keine... Oh! Ist das ne gute Idee? was aber dann kann ich ja na klar wir treffen sonst nix wir sind so schnell erig meine wangen schlackern drücke ich für den boost so aber haben wir gut hingekriegt wir haben uns hinter die gesetz so wie so ein nasa test von der geschwindigkeit kollaboration wir kommen gleich zu ihm zum großen tentakel ich glaube auch pinguine die hat alles das sieht aus wie meintrafft die hat echte lebende pinguine, oder? ja oh oh wer hat dir die pinguine gekauft? ich, also ich war es nicht schießt du gerade pinguine ab? fang ha 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 ist ja nicht unser spielzeug ha 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 auch so warte was ist elf was hat die da?Oh das ist der schleim die hat da, ooooo, die hat hier alles aus schleim aufgebaut ich bin lieb schleim oh o ich glaub der schleim kommt gleich Links oder rechts rum? ja jajajajar ohr hier ist ein bisschen strömung Oh mein Gott! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Äh... Das hat aber Schaden gemacht, ey. Oh ja. Oh, jetzt gleich nochmal. Äh... Ich kann nicht lenken wegen einer Strömung. Kannst du? Ne, das ist wirklich. Ähm... Äh... Willst du ausweichen? Das ist keine gute Idee, glaube ich. Äh... Ich glaube, wir dürfen... Das ist aber sehr merkwürdig. Aber dafür können wir Team... Äh... Pinkuine nochmal töten. Das ist schön. Oh Gott sei Dank. Ja. Ach schade, der ist entwischt. Na los! Oh, wir haben... Damage gemacht leider ein bisschen. Oh, oh, oh. Vorsicht! Nicht gegen die Wand! Nicht gegen die Wand! Steuern! Nicht gegen die Wand! Wir kriegen leider Damage. Das ist doof. Halt! Verleben! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nehmen wir jetzt mal den rechten Weg, vielleicht ist das sehr einfacher. Ja, vielleicht ja. Ich glaube noch nicht dran, aber... Ich auch nicht. Boah, Alter! Uäh... Was? Müssen wir an dem Tagel vorbei? Hä? Ich... Ich versteh... Verstehst du's? Kaputt schießen dann. Dann schnell genug kaputt schießen. Würde ich sagen. Also rauf! Na rauf! Ja, ja, ich versuch's ja! Okay, jetzt mach's geklappt. So, okay. Töten. Töten immer gut. Sag mir nur, was ich töten soll. Pinguine! Ähm... Ähm... Draufschießen! Octodead. Okay, wir müssen drehen, wir müssen beidrehen! Wir müssen beidrehen! Und... Los geht's! Oh, 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 oh! Oh, den Tentakel kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht! Der kriegt uns aber! Oh, wir können doch nicht ausweichen! Der ist immer hinter uns! Wir müssen uns vor uns... den Tentakel, glaub ich. Da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit diesmal. Okay. Oh, andere Seite. Ja, 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 ja. Oh, oh, nicht zu... nicht zu sehr links! Oh, 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 oh! Ja, nee, ja, das... Das... Oh, Gott sei Dank! Oh, oh! Oh! Oh, das fühlt sich gut an! Ähm... Oh, 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 oh! Ähm... Was hat die Tochter für Spielzeuge? Ganz normales Dynamit! Hattest du nie Dynamit als Kind? Naja, Böller halt, ne? Aber ich hab die Hunde-Kacke gesteckt, nicht in süße Badeenden! Oh, oh, warte, warte, warte! Direkt wieder links! Oh, was?! Was?! Haben wir Damage bekommen dadurch? Oh, Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber da ist jetzt... Oh, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg! Vorsicht! Willst du mich verarschen? Wie viele Tage kann man denn haben, wenn man dauernd... Haben die doch getroffen! Was für eine schlecht programmierte G-Boy-Kacke! Mann, 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 Mann! Heilige Scheiße! Okay, links weg, 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 weg! Okay! Ja, ja! Erstmal rechts auf den Kleinen, oder? Ja, auf jeden Fall! Links jetzt auch einer! Okay, dann erstmal links hier! Tentakel erstmal! Ja, okay! Der Kleine trifft uns ja grad noch nicht! Okay, wunderbar! Jetzt den Tentakel! Get out of the way! Oh! Und jetzt auch mal rechts rüber! Oh, doch, machen wir mirakuli! Ja, 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 ja! Ja, machen wir mirakuli, komm! Ja, 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 ja! Oh, hier, 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 hier! Träumchen! Ja, rechts rüber, rechts rüber! Let's go, let's go! Die kleinen Ablenkungen, die brauchen wir gar nicht! Der hat doch vorhin fast getroffen, der Kleine! Wir waren fast im Radius! Oh, warte, erstmal den Tentakel, ne? Er ist in... Ach so! Oh, 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 oh! Ja, dann drauf! Okay! Now I'm starting to feel sick too! Ciao! Super nice fun! Wieder ein Spielzeug weggeräumt von der Tochter! Sehr schön! Ha, das sind die besten Spielzeuge! Ach so! Ich liebe diese Achterbahn übrigens, ne? Äh, mega gut! Oh, ist so schön! Ähm, ach so! Kann sich das alles langsamer angucken? Oder... Ich weiß nicht, wenn wir langsamer machen hier... Oh, okay, bergauf vielleicht schwieriger... Oh, Junge! Oh! Fang! Fang! Immer wenn du langsamer machst, muss ich mehr drücken, damit wir vorwärts kommen! Ne, immer wenn du langsamer machst, muss ich mehr drücken, damit wir vorwärts kommen! Immer wenn du langsamer machst... Oh, mach mal langsamer! Mach mal langsamer, Fang! Fang, mach mal langsamer! Oh, oh, oh! Fang! Mach oben! Mach langsamer, Fang! So... Oh, wie cool! Guck mal, Minecraft-Götze! Achtung! Oh, oh! Ähm! Oh! Das Taschengeld! Und schon wieder Ben und Ed-Feelings! Ja, absolut jetzt! Oh Gott! body- Ich hab Espero duas accidentally, Colus. Ah! Das ging zum Beispiel für die Kommande, John. Das war's, okay. Nein, wir haben hier der전� 끝elle. Das Dritte. Was es ist Girl quase... Oh, Rose's best friend, Cutie. The Elephant over there. Puntie. Well, that's the Queen. Huh? Oh, God, that's right. Yeah. Rose gave the Elephant a crown. You know, a Queen's crown. So Rose made the Elephant into a Queen? Yeah, I guess so. It's your favorite toy. Oh, perfect. So now we're killing a Queen. Oh, pardon me. Killing who? No, 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 no. She said chilling. Yeah, chilling with the Queen. We are really looking forward to chilling with her, right? I see. Well, all visitors must prove themselves worthy of an audience with the Queen. Get a ball over there and use it to pop the balloon. And then you will be granted access to the castle. Great. Thank you. Yeah, let's go pop that creepy balloon. Fuck. Ja, ja, ja. Geht es nur mir so oder trau ich diesem komischen Clown nicht, der aus der Kiste kommt? Überhaupt nicht, Mann. Die wird doch, die wird bestimmt psycho, oder? Ja, genau. Ja, abschließen irgendwie. Hast du noch ein paar von den Pflastern von unserer Tochter? Einfach hier drauf batschen. Die alten, die alten Blutpflaster vom Kinderspielplatz? Von den, von den Spritzeleuten? Oh. Okay, okay, okay. Mach mal, mach mal einen Ball rein. Achso. Entschuldigung. Nee, du auf, ja, ich weiß, ich hab irgendwo drauf gedrückt und hab schon gesehen, wie das Spiel weitergeht. Aha. Aus Versehen, ich war wieder aus Versehen zu gut. Ich skippe wieder Level. Nein, nein. Fang bitte. Also, soll es hier rüber? Genau, wenn, aber erst, guck mal, der Ball kommt hier von links und dann muss es da nach rechts rüber. Während der Ball aber hier. Genau. Hä? Wo? Okay. Gut, ich besorg dir mal einen Ball. Ja. Und dann den Ball rüber. Okay. Fühlst du dich letzten gewachsen? Überhaupt nicht. Du musst dann rüber zum Knopf da hinten, oder? Mal gucken wir mal. Mal gucken, was passiert. Erik. Hey. Okay, jetzt kommt der da oben durch und macht die Tür auf, wahrscheinlich. Mal gucken. Oh, ist der gruselig. Äh. Ich hab grad so Ben and Ed Feelings. Einfach ich. Wo bist du? Oh. Was machst du? Okay, gut. Okay. Ja. Sieht gut aus. Okay, dann muss ich da rein. Okay. Ich glaube, du musst den Ball bei mir reinballern. Ich muss hier erstmal wieder hochkommen. Ja, ja. Ich bin, ja. Okay, da bin ich wieder. Ja und dann. Nee, nee. Ja, ich muss dann, glaube ich, da rüber rennen und das nächste Rad machen, ne? Obwohl, glaube ich, glaube ich. Mama, schmeiß mal rein. Schmeiß ihn dir auch rein. Bist du beim Rad? Ich bin drin, er war. Okay. Ich lass mal langsam auslaufen und dann guck ich mal, ob ich dann irgendwo hin muss. Muss ich auch irgendwo hin? Ah, nee, muss ich nicht. Okay, cool. Hier ist eine Robbe. Hast du ein Feuerzeug dabei für sie oder so? Hätte ich gerne. Ist der Ball bei dir drin, ja, ne? Oder? Nee. Du hast die perfekte... Ah, okay. Ich dachte, ich dachte da... Okay, warte. Die perfekte Balance. Super. Ja. Boing. Ich mach's da mal in den Clown rein. Ob die Robbe stirbt? Nee, die haut den Ball bestimmt rüber, ne? Ja, du hast aber eilig. Ich dachte, du genießt das Spiel für deine Zuschauer. Ähm. Kann man dich aus der Kanone schießen? Nein. Kann man dich aus der Kanone schießen? Ich glaube, du musst da. Genau, genau, genau. Oh, oh, oh. Okay. Ja, sollte ich dir vielleicht mal zeigen, Funk. Nein, nein, nein. Du kannst jetzt mal nehmen. Ja, 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 genau. Ähm. Aber ist richtig, ne? Oh, ja. Deine Frau stirbt, aber damit hast du alles richtig gemacht. Okay, gut. Das hab ich jetzt auch gelernt. Jetzt darfst du mal. Das nehm ich jetzt mit. Okay, ja, aber wo müssen wir lang als nächstes? Wir müssen noch zwei weitere schaffen. Aber machen wir das mit dem... Wir müssen erstmal die Gitter runterlassen, glaub ich, ne? Ah, nee. Denn da hinten kriegen wir auch so. Da hinten kriegen wir auch so. Ich kann nicht rein. Erik, dann komm mal her. Jetzt kann ich rein. Funk, du hättest mich nochmal ganz kurz justieren lassen können. Aber du wolltest nicht. Du wolltest nur meinen sinnlosen Tod haben. Sag, wenn du bereit bist. Ja. Geh wahrscheinlich jetzt. Das ist aber ein bisschen verarschend. Die Ziellinie stimmt ja gar nicht. Nee, aber das war auch bei mir bei dem Ballwurfspiel vorhin so. Oh, okay. Warte, warte mal kurz. Ja. Hä? Wissen. Als ob. Als ob. Hast du nicht gut gemacht. Schade. So. Okay. Also, Wild Guess. Okay, ja gut, das war... Hätte ich auch mal diesen Billow-Ballon genommen, den Funk. Entschuldigung, das war kein... Oh, da ist ja noch ein Ballon versteckt. Warte mal. Da sind noch... Da ist noch ein Ballon versteckt. Warte mal. Meinst du auf der rechten Seite? Ach, das ist der, ne? Aber da kommt man nicht hin, ne? Oder? Doch, da kannst du einfach Kurve rumfliegen. Nee, aber den holst du jetzt nicht. Du holst den hinter den Vorhang. Das ist deiner. Hä? Warum denn den Funk? Den schenke ich dir. Danke. Alter, willst du nicht verarschen? So, warte. Ich muss mal ganz kurz einen... Ich muss mal ganz kurz einen wieder raushauen hier aus dem Chat. So, warte. Mich? So. Nee, 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 nee. Und hier auch nochmal schreiten. Ganz kurz, so. So. Möchte noch jemand? Leute, möchte noch jemand? Ich bin da... Ich bin da gerne sehr, sehr diskret. So. Sag, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Oh, ich glaube, das war... Oh, ich glaube, es geht zu. Das ist... Das ist zu, Gion. Ja. So. Ich drücke nichts mehr. Ich drücke nichts mehr. Jawohl! So. Gut. Ach, jetzt möchte ich... Den möchtest du jetzt holen? Ja, 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 ja. Ah! Wo denn? Okay. Fang, was ist da los? Fang, was ist da los? Äh, warten, die Höhe, ja. Okay, okay, okay. Okay, Erik, okay. Fang, okay, okay. Jetzt aber fangen. Jetzt schaffst du aber. Jetzt schaffst du aber, Fang. Jetzt schaffst du das. Wunderbar. Siehste? Teamwork makes a dream work, Fang. Teamwork makes a dream work, Fang. Ich glaube, die Kacke. Hä? Was ist los? So, hier, weiter spielen. Oh, oh, um Gottes Willen. Komm ich da hoch? Oh! Gut, theoretisch komm ich da hoch. So, fang was los. Ich probiere ruhig zu bleiben. Was denn? Oh! Was denn? Einrad! Und so eine süße Ballerina-Puppe hier. Oder nicht Ballerina, aber so eine Zirkus-Tänzerin. Ähm. Geil. Und ich muss... Was? Was? Oh, ja. Erik, du bist schon ziemlich geil. Das war auch sehr cool. Das hat echt Spaß gemacht, weil es funktioniert hat. Ja. Der Rest ist leider sehr schlecht am Spiel. Ja, ja. Okay. Oh! Ähm. Nee. Oh Gott. Das ist genial. Ich muss dich jetzt rüberholen, ne? Ach so, die Kugel. Ja. Aber mit was fang ich die auf? Mit dein... Häh? Ja, aber mit welcher Taste? Bei dir steht die Taste, bei mir nicht. Das wird die Y. Oh! 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 Das heißt, ich muss aber auch bei dir sein, in dem Moment. Na, ich werfe ein bisschen langsam. Also... Ja, bei mir geht's sehr schnell. Okay. Warte, ich werde das probieren abzupassen. Nee, noch nicht. Ja, ja, ja. Bulutliga, danke schön, Bulutliga. Viel, viel, viel Dank. Beim nächsten Mal, glaub ich. Nee. Oh! Ja! Ja! Oh, jetzt ist RT? Okay. Sehr geile Sache! Puh! Mega gut! Dankeschön, meine Damen und Herren. Dankeschön! Wie, wie, danke. Applaus, Applaus, Applaus für unsere Darsteller! Dankeschön! Oh! Oh! Ja! Hier ist für dich. Oh, dankeschön. Yeah! Hier ist für dich. Oh! Oh, dankeschön. Wo muss denn das hin? Ach, einmal hier rüber. Oh, okay. Oh. 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 Äh. Geht das? Ja, du schaffst. Now to the Slingshot! Huh! 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 Was?! Huh! Huh! Hahaha! Wann zur Laste? Wann zur Laste? Hahaha! Oh, wie schön! Oh, wie cool! Okay. Uh! Eine Riesenflitsche! Oh, in die... Hast du gesehen, wie traurig der auf einmal war? Ja! Ich hab dennoch Angst vor ihr. Ich trau dir, ich trau dir immer noch nicht. Äh, andere Richter. Ne, wir müssen noch das Ding holen. Die Dresine. Nein, du hast recht, du hast recht. Leider hast du recht. Tut mir leid, Funk. Ich weiß, es ist eine Täuschung für dich. Ja, ich hasse es, wenn du recht hast. Ich weiß, Funk. Ich weiß. Und angenehm. Ähm. Mal wieder schnell durch. Ich hab jetzt mal losgelassen, damit wir auch ein bisschen genießen können. Oh, gerade hier diese Level-Pracht, Funk. Dankeschön. Hahaha! Ja, Fittus! Oh! Danke für die Fans! Kannst du vielleicht mal drücken? Vielleicht! Funk jetzt, drück doch! Oh, ich bin mir nicht sicher, ob wir zur Queen kommen. Oh, okay, okay. Ja, da, da. Da, doch, doch, doch. Da, 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 da. Oh, okay, okay. Boah, boah, das ist schön. Zum Glück. Puh! Oh, magischer Wald? Wow. Alter. Oh, guck mal! Playmobil-Pferde! Wie geil! Und Blutiger! Nochmal viel, viel Dank, Blutiger! Dankeschön, Dankeschön! Kleine Paillettensachen, alles diese Schmuckdinger. Oh, wie schön, wie liebevoll ist denn das Level-Design! Frank, warum guckst du dir Pferdeärsche an? Ach, warum frag ich? Ich guck mir die Schraube an. Die Details? Nee, weil du bei so einem Modell damals keine Kreuzschlitzschraube, sondern einfach nur eine Schlitzschraube nimmst. Okay, dann ist das ja echt schlecht. Ja, das ist halt, also das sind Details, das fällt halt jedem sofort auf. Ja, das, okay, das finde ich auch ein bisschen enttäuschend. Jetzt, wo ich es bei dir gerade sehe, das nimmt die ganze Immersion von mich raus. Ja, schade. Das gerade fand ich es noch okay und ich hab ein paar Sachen verkraftet, aber das geht zu weit. Falsche Schrauben benutzen, bitte. Ist das überhaupt noch die Norm? Oh ja! Wellpappe! Ist es? Ja. Geil, da hört die Kartons auseinander. Guck mal Frank, da kannst du doch auf die Fahne springen. Wo? Da, hinter dir. Ja. Doch, 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 da war was. Das hat kurz gebumbelt, als ich da oben war. Ja, ich glaub du... Aber du wirst, glaub ich, äh, durchgeklippt, oder? Kacke, ja, ich denke auch. Aber vielleicht war das das... Bonk! Nee, okay, klappt auch nicht. Ey, ich würde eine ganz kleine Klopause machen, wenn ich... Ne Klopause oder ne Club-Pause? Äh, ich würde gerne in den Club gehen. Okay, gehst du kurz in den Club jetzt? Okay. Drei Stunden, einfach nur ein bisschen tanzen. Und dann komm ich aber wieder. Dann machen wir einfach eine dreistündige Pause und dann machen wir gleich noch ein bisschen weiter, ne? Wunderbar. Achso, oder außer du willst schlafen. Also, kann ja auch sein. Mit, mit, mit dir jetzt meinst du. Hehehehe. Kuro, dankeschön Kuro. Vielen Dank, dankeschön, dankeschön. Jeder weiß, dass da Arthur Kopfschrauben benutzt wurden. Mit dem guten A-Kopf. Das soll ja auch neu verfilmt werden. Oder nicht neu verfilmt, aber... Das Remake irgendwie... King of Queens? Nee, die hat nur ne Lesung. Das war einfach nur so ne Lesung einfach nur. Ja? Ja, 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 ja. Von den Darstellern von damals. Weil ich hab nur gelesen, dass die so ne Revival machen, nicht so... Nee, 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 oh Gott, das wär ja furchtbar. Vor allem ohne Arthur, das geht aber nicht. Gar nicht. So, na gut, dann machen wir kurz drei Minuten Pause und äh... Bisschen Pipi und so und Kaka und alles. Ja, lecker Pipi, lecker Kaka. Geil, das Beste, was man machen kann auf der Welt. Mmm, jam, jam, jam. So, dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Ja, 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 ja. Wollt ihr zu Ende spielen? Das schaffen wir heute eh nicht mehr. Aber ein bisschen machen wir noch. Ja, wir haben's schon fast durch. Sicher, sicherlich. Ja, man kann das Ende schon riechen. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder so, äh... Wie lange brauchst du denn? Drei, vier Minuten? Drei, vier Minuten maximal, ja. Ach, dann sehen wir uns gleich wieder. Drei, vier Minuten, wir machen so lange StuhlTV. Genau, genau, bis gleich, gleich. Alles klar, bis gleich, bis gleich, Moment. Bis dahin. Bis dahin. Säglas important. Bis dahin. Bis dahin.